Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir und heute mit dem Thema Kinderehe Also, was sagt der Islam dazu, wie sind die Meinungen Gibt es so etwas wie eine Kinderehe im Islam überhaupt Ihr wisst ja Es gibt Politiker oder Islamgegner auf dieser Welt und die kommen dann immer mit diesen Argumenten Was habt ihr denn für einen Propheten, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat oder ein neunjähriges Kind geheiratet hat und so weiter Die meisten Muslime wissen dann nicht genau, was sie jetzt antworten sollen Es gibt dann verschiedene Aussagen von den Muslimen Meistens Eben, dass die Überlieferungen umstritten seien Was das Alter betrifft Als unser Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Aisha geheiratet haben soll Wie alt sie dann Wie alt sie zu diesem Zeitpunkt wirklich war Dann gibt es andere Die sich Islaminstitution nennen Und Fatwas rausgeben und so weiter Die verteidigen dieses Alter Also sechs Jahre zum Beispiel bei der Verlobung Und neun Jahre, als sie dann mit dem Propheten zusammengezogen ist Die sagen, das sei also nicht, also untastbar Das sei so gewesen Und ja, entschuldigen dies dann so mit Wie soll ich sagen Die südländischen Frauen seien halt früh reif Als jetzt zum Beispiel Europäerinnen Oder eben in nördlichen Ländern Die Frauen und auch Männer Wären dann ein bisschen später reif sozusagen Also sie möchten sagen Dass jetzt zum Beispiel ein neunjähriges Kind Ein arabisches Kind Körperlich einer 18-jährigen Europäerin Gleichgestellt wäre Was natürlich totaler Unsinn ist Ich sage nicht, dass Körperlich mögen sie reifer sein Das ist nicht nur bei arabischen Mädchen so Das können auch Süditalienerinnen sein Oder türkische Mädchen und so weiter Also das kann sein Dass die ein bisschen früh reifer sind Körperlich Das heisst jedoch nicht, dass sie auch psychisch Diese Reife schon entwickelt haben Nur weil jetzt der Körper halt ein bisschen schneller In die Pubertät kommt Als jetzt zum Beispiel in nördlichen Ländern Dies einfach so zu pauschalisieren Finde ich auch sehr gefährlich Denn eben es gibt überall wieder Ausnahmen und so weiter Also ich selbst kann mich mit dieser Antwort nicht zufrieden geben Ich möchte schon gerne wissen Gibt es denn überhaupt Beweise für dieses Alter Oder gibt es sie schlicht hinweg einfach nicht Dass Aisha bei der Verlobung sechs Jahre alt gewesen sein soll Und bei dem Zusammenleben dann neun Jahre alt Und da habe ich ein bisschen recherchiert Denn ich wollte ja Weil die Mehrheit im Islam sind ja die sunnitischen Geschwister Darum wollte ich auch auf Nummer sicher gehen Und vor allem sunnitische Quellen in Betracht ziehen Und da habe ich etwas ganz Interessantes gefunden Und zwar von einem Dr. T.O. Shanavas Ich hoffe ich habe den Namen richtig ausgesprochen Und das ist ein Arzt in Michigan, USA Also dieser Arzt hat einen Artikel verfasst Er hat sich also wirklich viel Mühe gegeben Um genau dieser Frage nachzugehen Weil er kam auch in diese Situation Dass man ihn sozusagen gedießt hat Mit diesem Ereignis Und da es ihm dann ziemlich weh tat im Herzen Also er selbst schreibt Mein Freund lächelte Und ließ mich mit einem Stachel im Herzen Meines Glaubens zurück Ja, weil er keine richtige Antwort darauf hatte War es jetzt nun so oder war es nicht so Da dieser Freund ihm sagte Aber du hast eine siebenjährige Tochter Würdest du sie dann jetzt verheiratet Mit einem 52-jährigen Mann Und ja, das ist ganz klar Also ein Vater mit einem Herz Also nicht nur ein Vater, auch eine Mutter Es widerstrebt einem Nur solch eine Vorstellung Die Tochter jetzt so verheiratet Einem 52-jährigen Mann Auch wenn es jetzt ein edler Prophet ist Es bleibt ein 52-jähriger Mann Und das Mädchen ist sieben Jahre alt Oder sechs Jahre oder neun Jahre Egal Für den meisten Menschenverstand Und das menschliche Herz Ist das einfach unvorstellbar Ja, und da es sich nicht zufrieden gab Mit dieser Erklärungen Eben, die man so liest Ja, die waren halt frühreif Dazu mal und so weiter Hat er angefangen zu recherchieren Und wirklich gründlich zu recherchieren Und hat dann dieser Artikel Zuerst in dem Minaret Im März 1999 veröffentlicht Natürlich auf Englisch Und hier hat es dann eine liebe Schwester Namens Halima Krausen Für uns ins Deutsche übersetzt Und also es ist kein Unterschied Jetzt zwischen den schiitischen Nachforschungen Es sind genau dieselben Nachforschungen Eigentlich Nur wollte ich eben Von einem sunnitischen Bruder Euch den Beweis liefern Dass diese Angaben Total umstritten sind Und es überhaupt Keine Beweise gibt Dass Aisha Radiallahu Ana Sechs Jahre Also gewesen sein soll Zur Zeit der Verlobung Und neun Jahre Als sie dann zusammenlebte Mit den Propheten Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Genau Also es gibt kaum Eingelehrter Der Sich nicht widersprochen hat Was das Alter von Aisha Anging Zu diesem Zeitpunkt Das Auffälligste an diesen Überlieferungen War, dass es zu einem Mann zurückkehrt Diese Überlieferungen alle Dieser Mann heisst Hisham ibn Urwah Und er war in Medina 71 Jahre lang Und Malik ibn Anas Also woher die Rechtsschule Maliki kommt War ein Schüler von ihm Jedoch Malik ibn Anas Hat niemals Diese Überlieferung von ihm bestätigt Denn in seinen Büchern findet man danach Das Hisham ibn Urwah Nach 71 Jahren in den Irak Ausgewandert ist Also von Medina in den Irak Und dort haben sich dann Diese Überlieferungen Sozusagen Verbreitet Also die Überlieferungen von ihm Kamen erst dort zustande Und Malik ibn Anas Sagt ganz klar Sein Gedächtnis Hatte Einen Schaden erlitten Sozusagen Also Er wäre nicht mehr zuverlässig Was er erzählt Und das ist der einzige Mensch Der gesagt hat Eisham wäre so und so alt gewesen Als sie den Propheten geheiratet hat Also Das schon mal dazu Dann die anderen Gelehrten Wie Tabari zum Beispiel Ist ja auch ein Großgelehrter Der Sunniten Haben sich immer wieder Widersprochen In ihren Überlieferungen Also Nach Tabari Hisham ibn Urwah Und ibn Hanbal Und ibn Saad Wurde Aisha Im Jahr Von sieben Jahren Mit den Propheten Verlobt Und begann Mit neun Jahren Mit ihm zusammenzuleben Jetzt ist das Problem Jedoch In einem anderen Werk Sagt Altabar Jedoch Alle vier Seiner Kinder Also die Kinder Von Abu Bakr Aisha war ja die Tochter Von Abu Bakr Wurden Von seinen zwei Frauen In der vorislamischen Zeit Geboren Und das wiederum bedeutet Dass Wenn das Das Minimum Alter Wäre dann 14 Jahre gewesen Bis sie dann Bis die Heirat Und die Verlobung Gewesen wäre Also das Wäre schon mal Das Minimum Alter 14 Jahre Also hat er Sich hier Widersprochen Das heißt Auch er Ist eigentlich Unzuverlässig Auch wenn Er ein Großgelehrter Ist oder war Altabari Jedoch Er hat sich hier Widersprochen Und so Geht es eigentlich Weiter Mit jedem Mit jedem Gelehrten Also Zum Beispiel Nach Ibn Hajar Sagte Fatima Also die Tochter Von Propheten Wäre fünf Jahre Älter Gewesen Als Aisha Und das Wiederum Würde bedeuten Sie wäre Zwölf Jahre alt Gewesen Was auch Noch Immer Noch Immer Noch Ziemlich Jung Wäre Aber Es wäre Schon mal Von den Sechs Jahren Entfernt Dann gibt es Für mich Die Interessanteste Überlieferung Und zwar Von Ibn Katir Ibn Katir Hat Gesagt Asma Asma War die Ich glaube Halbschwester Von Aisha Genau Und Die Wäre Zehn Jahre Älter Als Aisha Jetzt müsst Ihr Gut Zuhören Also Zehn Jahre Asma Älter Als Aisha Dann Wurde Über Diese Asma Berichtet Dass Sie Im Jahre 73 Nach Der Hishra Die Tötung Ihres Sohnes Miterleben Musste Und Auch Sie Danach Starb Und Es Ist Bekannt Dass Diese Asma 100 Jahre Alt Wurde Das Wurde Bedeuten Wiederum Dass Sie Zur Zeit Der Hishra 27 Jahre Alt gewesen Sein Muss Das Kategorie Alter Was Was Hier Raus Kommt Wäre 14 Jahre Und Das Maximum Alte Wäre 20 21 Jahre Nach Diesen Recherchen Dann Der Zweite Beweis Also Im Ganzen Hat Dieser Arzt Aus Michigan Neun Beweise Oder Belege Zusammen Gesucht Um Dies Zu Bestätigen Dass Es Keinen Beweis Gibt Ein Weiterer Beweis Ist Natürlich Der Heilige Koran Denn Es Gibt Kein Einziger Vers Das Solch Eine Kindesehe Ausdrücklich Erlauben Würde Im Gegenteil Es Gibt Einen Vers Der Muslime Anleitet Wie Man Ein Waisen Kind Aufziehen Sollte Und Das Ist Ganz Wichtig Zu Verstehen Was Natürlich Für Ein Waisen Kind Gilt 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 Ja Auch Für Das Eigene Kind Bis Zu Einem Gewissen Maße Und Hier Steht In In Sure 4 Vers 5 Bis 6 Und Händigt Euer Vermögen Das Vermögen Der Weise Dass Gott Euch Zum Unterhalt Gegeben Hat Nicht Denen Aus Die Schwach Im Verstehen Sind Und Versorgt Sie Daraus Kleidet Sie Und Gebt Ihnen Eine Gute Erziehung Und Prüft Sie Bis Sie Das Heiratsfähige Alter Erreicht Haben Wenn Ihr Sie Dann Geistig Reif Findet Also Nicht Körperlich Geistig Reif Findet Dann Händigt Ihnen Ihr Vermögen Aus Hier Verlangt Der Koran Vers Einen Gründlichen Beweis Intellektuellen Und Physischen Reife Durch Objektive Prüfungsergebnisse Vor dem Heiratsalter Um Ihnen Ihr Vermögen Anzuvertrauen Also Das Heisst Nicht Einfach Ja Du Kannst Sie Haben Mit Drei Jahren Oder Sechs Jahren Und Wenn Sie Dann Die Körperliche Reife Hat Kannst Du Mit Ihr Zusammen Leben Überhaupt Nicht Was Noch Ganz Wichtig Ist Zu Erwähnen 1923 Zu diesem Zeitpunkt Existierte Immer noch Das Osmanische Reich Also Das Wurde Erst 1924 Dann Ja Gestürzt Eigentlich Aber Jetzt Nicht Zu Diesem Thema Sondern 1923 Wurden Standesbeamte In Ägypten Angewiesen Eheschließungen Nicht Durchzuführen Und Keine Heiratsurkunde Auszustellen Wenn Die Braut Jünger War Als Sechzehn Und Der Bräutigam Jünger War Als 18 Jahre Alt Acht Jahre Später Bestätigte Das Gesetz Für Die Organisation Und Das Verfahren Der Scharia Gerichte Von 1931 Diese Regelung Indem Anträge Auf Eheschließung Nicht Angehört Wurden Wenn Es Um Eine Braut Ging Die Jünger Als 16 Oder Ein Bräutigam Der Jünger Als 18 Jahre Alt War Das Zeigt Dass Selbst In Einem Mehrheitlich Muslimischen Land Wie Ägypten Kinderehen Unakzeptabel Sind Ja Das Wollte Ich Nun Auch Nochmals Festgehalten Haben Dass Das Auch Für Muslime Nicht Etwas Normales Ist Eine Kinderehe Im Gegenteil Es War Weder Arabischer Brauch Mädchen In Einem So Jungen Alter Wie Sieben Oder Neun Jahren Zu Verheiraten Solche Überlieferungen Existieren Noch Tausende Widersprüchliche Überlieferungen Man Tätigt Eine Ganz Klare Überlieferung Jedoch Widerspricht Man Sich Dann Später Oder Sogar In Einem Anderen Buch In Einem Anderen Werk Durch Die Jahreszahlen Durch Die Geschehnisse Widersprechen Sie Sich Dann Und Es Passt Dann Einfach Nicht Mehr Zusammen Das Problem Ist Dass Muslime Heutzutage Nicht Mehr Lesen Und Natürlich Die Islam Gegner Für Die Das Ein Fressen Ist Solche Infos Zu Haben Ja Und Dann Unseren Propheten Eben Beleidigen Und Unsere Religion In Dreck Ziehen Was Ich Persönlich Sehr Schlimm Finde Ist Wenn Muslime Solche Falschen Überlieferungen Auch Noch Unterstützen Oder Sogar Verteidigen Da Sollte Man Schon Genug Mut Haben Dazu Und Aufklärung Zu Betreiben Und Unseren Heiligen Propheten Mohammed Von Diesen Beschuldigungen Rein Zu Waschen Wenn Die Möglichkeit Besteht Ja Somit Verabschiede Ich Mich Heute Und Wenn Euch Das Video Gefallen Hat Bitte Daumen Hoch Und Könnt Ihr Mich Auch Kostenlos Abonnieren Ja Und Dann Bis Zum Nächsten Video In Schallah Assalamualaikum War Rahmatullahi War Barakatuh Allahumma Salli Azam Muhammad Wa Al Muhammad Allahumma Salli Azam